Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht mehr Raum, Keiter, Jörg, Krebs oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die mein Befehl zu widersetzen! Oh, weißt euch das einfach, Geld rum? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niedersträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich stand Feiglinge! Verreißer und Versager! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion in Luppe hielt! Es hat mit jedem nur ein Spitzpicken-Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübtem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und wiederohn sie, meine Herren! Für Euch wird es ein linker!